Hast du Hunger? Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Je dreckiger die Toilette, desto besser. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren leere, mache ich das immer zu schnell und zu doll. Komm! Komm! Professor Doktor Nox ist mein Name. Stellen Sie sich immer so vor. Ich bin Robin, Pfleger. Kann ich noch einen Sie mal gerufen? Ihre Eltern? Nein. Ich habe hier noch eine Berühmungstablette für Sie. Hat eine Freundin auch so Wirkreisprobleme? Die macht sich nicht so viel aus Moralsex. Ich oft Realität, Lüge und Traum durcheinander werfe. Ach! 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 Ich erzähle dir eine Geschichte.